Hallo Leute, ein kleines Gewinnspiel von Nintendo und meiner Wenigkeit, es geht um Pokémon Sonne und Mond. Zu gewinnen gibt es zweimal Pokémon Tekken und zweimal Omega Rubin oder Alpha Saphir. Das können sich die Gewinner dann aussuchen. Alles was ihr dazu tun müsst, Abonnent meines Kanals sein, dem Video einen Daumen hoch geben und mir in den Kommentaren eine Frage beantworten. Und zwar, welches eurer bisher gefangenen Pokémon, egal aus welcher Generation und aus welcher Edition, wollt und werdet ihr auf die neuen Editionen Sonne und Mond transferieren und warum? Die vier besten und kreativsten Kommentare werden gewinnen. Ich suche mir dann am Sonntag die Gewinnerkommentare raus und schreibe die Gewinner per YouTube.pn an und frage sie auch, welchen Preis ihnen am liebsten wäre. Sprich, ein extra Auflösungsvideo wird es nicht geben. Ihr könnt dann aber spätestens am Sonntagabend den Kommentaren hier entnehmen, wer wirklich gewonnen hat. Also einfach nur ein kleines Gewinnspiel nebenbei, mit freundlicher Unterstützung von Nintendo für euch. Und so können wir uns gemeinsam auf Pokémon Sonne und Mond freuen. Das wär's auch schon, also bis dann und ciao!